Sonntag bei RTL 2. Wie viel würden Sie für einen Gebrauchten zahlen? Du möchtest 200.000 Euro für dieses Auto haben. 189,9. 199. Weißt du was? Wir fahren jetzt erstmal eine Runde. Ein Orchester für die Ohren. Ja, der klingt gut. Hamid's ganz normaler Wahnsinn. Ich suche so lange, bis ich ein passendes Auto gefunden habe. In einer neuen Folge CREP, das Motormagazin. Sonntag, 18 Uhr bei RTL 2. Sonntag, 20 Uhr bei RTL 2.